Ja, also ich bin Elvira, ich arbeite bei Amazon seit 2011 und seit Amazon solche Sachen anbietet, nehme ich das natürlich gerne mit. Es geht darum, Menschen was Gutes zu tun. Das mache ich gerne. Hauptsächlich geht es um die Essensausgabe und Getränkeausgabe, aber es geht auch viel darum, einfach mal sich am Tisch zu setzen und auch einfach mal mit dem Gast zu quatschen und zuzuhören. Ich bin heute Morgen hierher gefahren, war richtig begeistert, welche Freundlichkeit bei der Tafel auch besteht hier in Oldesloh. Und ich würde jeden anderen, der hier mal mit dabei ist, engagiert euch mal selbst dafür, dass ihr hier ein oder zwei, drei Tage mal bei der Tafel einfach mal mitarbeitet. Ich finde es also eine tolle Sache, einfach so mal ehrenamtlich zu helfen, da mal reinzuschauen und eben auch die Leute dann zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr auch wieder das Volunteering-Programm machen können. Schön, was Gutes zu tun, auch mal im Rahmen vom Amazon-Programm. Eine Superaktion von Amazon, Sander auch ungefähr ist, irgendwie seinen Teil zurückzugeben. Ich finde die Kooperation mit Amazon total cool, einfach weil ich es spitze finde, dass Menschen die Möglichkeit gegeben wird, sich zu engagieren und sich vielleicht auch einfach mal in sozialen Bereichen auszuprobieren, in denen man vorher nicht gearbeitet hat.